hallo hier ist der martin von money monkeys das hier DAX Analyse für freitag den 2.12.2022 und ja unser kleiner drache gecko-echse wie auch immer guckt ziemlich blöd in die kamera rein ja unser DAX ist halt einfach mal ein vollpfosten das kann man nicht anders sagen also wir haben gestern drüber gesprochen vorsichtig sein wenn der hier oben umdreht rote stundenkerzen wirft kann er sich gut und gerne wieder runden sogar bis 365 haben wir gesagt kann sich wieder runterziehen ja die 600 hatte erreicht im außerbürstlichen handel in futures haben wir sie gesehen in ausbürstlichen DAX indikation haben wir gesehen hier auf meinem 8 bis 22 uhr dax nicht ich nehme ja immer ganz gerne den von der xetra börse gestellten x dax der bildet quasi noch angehängt an die normalen xetra handelszeiten die erweiterten europäischen und amerikanischen handelszeiten mit ein so dass von 8 bis 22 uhr kurse gestellt werden ich nehme den einfach lieber weil ich mit dem viel besser klarkomme und immer wieder gezeigt wird dass auch von der bewegung von der struktur vom ablauf von den wellen und so weiter ich offenbar auch nicht der einzigste bin der so analysiert und bin deswegen daher immer bei geblieben und fahre damit gut und behalte das auch weiterhin bei mir bringt das immer nichts auf die xetra auf die richtigen 9 bis 17.30 kerzen zu gucken wo dann der ganze amerikanische handel am amt fehlt und dann einfach nur per gaps hin und her gesprungen wird signale ignoriert werden das ist dann auf der ebene schon wesentlich sauberer was hier aber halt jetzt einfach leider fehlte ist dann der der bogen über die 600 aber war da von dort die roten stunden kerzen kam nach unten auch 8 uhr wunderschöne rote stunden kerzen geschraubt hat sich dann runtergezogen bis hier unten ist zur seite rausgelaufen von daher an sich kleines dreieck im finish im abschluss gewesen dreieck als welle 2 wenn man sagt okay hier die erste welle hochgeschraubt jetzt die nächste hoch und wir tigern jetzt zum freitag los ist nicht ganz so üblich so dass ich fast eher davon davon ausgehen würde dass er dax probiert unten rauszufallen dafür müsste mindestens unter 4 30 drunter und würde sich dann natürlich einiges aktivieren weil er verliert dann auch diese alte untere keillinie das heißt hier selbst wenn man es nicht als keil sieht das ist trotzdem eine aufwärts trendlinie und zwar die seit dem tief und die seht ihr schon ganz schön verschrauben wenn er hier unten raus bricht kann das dynamisch werden er löst ja dann diesen alten keil nach unten auf also da werde ich ein bisschen aufpassen unter 4 30 einfach zum freitag ein bisschen vorsichtig sein dass man da nicht unbedingt dann plötzlich bock kriegt long zu handeln solange dort rote kerzen kommen das eigentlich alles was ich erreichen will mit der aussage dass man unter 4 30 bisschen aufpassen will nicht dass da wirklich ein langer faden nach unten rausgezogen wird und man dann hier 10.000 long position versucht hat da reinzustellen dann das könnte doch ins auge gehen aber muss halt auch erst runter fallen muss nur die 4 30 drunter und dann wäre hier 3 65 noch mal frei und eigentlich auch tieferes dann können dann durchaus probieren mal wieder ein bisschen den unteren bereich auszuloten wenn er drunter fällt gefällt er nicht drunter stößt sich stattdessen über 5 30 oben raus würde sich dieses kleine dreieck hier lösen wie gesagt als welle 2 wäre jetzt nicht ganz so üblich würde daher erwarten dass er dann wenn dann überhaupt die bewegungswelle noch mal nach oben projiziert das heißt wir hätten dann wie mal daumen wartet mal hier gibt es doch so kästchen oder so was ja wäre dann wäre dann im zweifel upsala so und das könnte man dann hier einfach mal rüber ziehen und das wäre dann so potenzial bis in die 650 700 vielleicht sogar rein wäre dann in jedem falle da wenn er sich über die 5 30 schiebt ja also könnte er dann auch durchaus ein bisschen auf zug bleiben das heißt er kann bis zum tagesende dann auch dass das hochhalten wenn er eben über 5 30 rausläuft lasst euch dann nicht zu säen die irre treiben wenn er dann da oben sehr träge wird und sehr langsam ansteigt ja also das sieht man sehr häufig stand an solchen tagen dass er da wirklich so 20 punkte pro stunde plus ansteigt und alle die ganze zeit denken der ist zu schwach der kommt nicht weiter macht aber ein hoch nach dem anderen im grunde der kann dann trotzdem im zweifel auf der letzten 21 uhr kerze noch mal schub nach oben draufsetzen da sollte meine schorten also ich würde so rangehen ich würde und oberhalb von 5 30 nicht short gehen und ich würde unterhalb von 4 30 nicht long gehen sondern eben eher auf der oberseite dann versuchen lang mit zu gehen oder auf der anderen seite daneben schort zu suchen ja das wäre so meine erwartungshaltung für den freitag aus tages sicht sehen wir jetzt hier natürlich schön nicht eine gute hat nicht mal ein neues hochgestellt auf der ebene hat aber der grünen kerze wo ich schon gestern gesagt habe vor sich die die jetzt dazu euphorisch werden mit jahresendrede und so weiter vor sich vor sich so was vermasselt unser dax halt eigentlich anfang dezember sehr 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 oft das hatte der dass man vollfahrt aus der grünen kerze wieder ausgenommen da ist denke ich mal deutlich ernüchterung jetzt am was haben wir gehabt donnerstag zu spüren gewesen und von daher würde mich hier auf selbst auf der ebene eigentlich auch nicht wundern wenn wir jetzt hier unter den donnerstag auch noch mal drunter schrauben müsste jetzt hier nicht mal zwangsweise eine lange rote kerze werden aber einmal drunter hätte ich schon eigentlich gar noch mal gesehen haben so abbruchbedingungen wäre natürlich hier wenn er dann über 5 30 über 5 60 rausläuft dann ist einfach aufwärts drin seit ich auch auf oben platz aber so ist der noch immer in der welt der letzten tage ja also ist ja nicht hat er auch kein neues hochgestellt auf der ebene jetzt hier demzufolge auch im ksetra dax nicht im 9 bis 17 30 dax kein neues hoch bestätigt es war nur außerbürstig beziehungsweise über die futures sichtbar macht es aber nicht besser neues hoch und dann abverkaufen ist immer scheiße na das ist das ist selten alles in einem markt keine in einem aufwärtstrend keine neuen hochs mehr kauft dann hat man eine trendschwäche dann ist der trend ermüdet und erschöpft und das ist genauso schlecht wie wenn er im abwärtstrend tiefs nicht mehr annimmt und immer nach oben zuckt dann dreht er sich als bald auch um und von der ja würde ich leicht sogar fast die unterseite favorisieren aber ganz ehrlich da werfe ich meine meinung sofort über bord wenn er über 5 30 5 60 raus steigt wird halt lang mit gehandelt dann ist mir das auch egal dann nützt mir nichts hier irgendwie recht zu behalten für 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 etwas womit ich nichts gewinnen kann dann nee dann wird die meinung über bord geworfen und eben auf der langen seite dann probiert noch ein paar punkte zu holen denn darum geht es punkte holen egal was gestern vorgestern vor vorgestern war wochen ist wichtig geld verdienen sollte man und da würde ich eher probieren aber für über 5 30 nach oben und unter 4 30 nach unten zu arbeiten ja punkt das ist es ja ziele wie gesagt hat man beschrochen also oben durchaus 6 30 600 bis bis sogar 700 denkbar am freitag und auf der unterseite wenn unter 4 30 die 365 weiterhin echt immer wie ich immer wieder gerne gespielte marke darf man nicht unterschätzen ist auch für den teilverkauf vielleicht ganz gut an ja und wenn er noch tiefer geht ja was haben wir hier unten für interessante stationen wo oft gespielt hat 250 280 250 unter 365 280 250 ja damit kommen schon mal viel anfangen denke ich ja von daher machen wir zu wünsche euch schon mal schönes wochenende viel erfolg am freitag und dann hören wir uns am sonntagabend wieder für die analyse zum montag bis dahin tschüss ich muss es sich um zu bekommen ab канал Vamos anb palen ja noch hier weiter aber ich könnte wissen nicht mehr als zweitig okay das aber ich könnte fühlen wir uns am es nicht mehr als zweitig cool und wir euch Dustin was der zweite zweite in die Rate ist immer noch nicht mehr als zweitig cool ist ich glaube ich hoffe ich bin vor allem nicht mehr als zweitig ich bin Untertitelung des ZDF, 2020